Ja, schon sind wir in der Luft. Das ist ja cool. Stehst du fest auf den Pedalen? Was meinst du? Steh ich gut auf den Pedalen? Ja, ja, das alles fest ist gut. Das ist ja cool. Ja, das wird doch gleich wieder ein bisschen leiser. Dann können wir uns besser verständigen. Wir füchten den Motoren durch, ne? Bitte? Ja, genau. Oder ist das so, während der Flug ist nicht mit den Kapitälen sprechen? Doch, doch, das geht schon. Wir müssen doch echt laut sprechen, damit das Papier hinten angekommen ist. Ich höre gut. Prima. Da habe ich mein Auto von oben gefilmt. Na ja, und wenn du jetzt mal links guckst, da ist die Person, äh, schweiß gesümmern, hinter Berg, ja, da fängt dann hin. Ja, da war ich auch schon mal aus dem Schallstand drauf, bei der Müllverbrennung. Ja. 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 Könnt ich da schon was anderes aus von unten? Ja. Ja, hier haben wir gerade gut wärmig. Ich glaube, das können wir mal los. Ja. Ja, da sind wir gerade richtig ordentlich steigen hier. Ja, da sieht ja witzig aus, der Dallasee. Ja, genau. Aus dem Kirchstum in Nidalon bin ich schon bestanden, in oben drauf. Echt? Ja. Oh. Das wollte ich einmal von oben gerne sehen. Ja. Ist gut. Ja, schauen wir mal, ob wir hier genügend jährlich noch bekommen. Kann man eigentlich den Flughafen mal außer Augen verlieren, wo die wieder sind? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Also jetzt hier nicht. Wir haben ja, wenn wir so über Land fliegen, immer Navigationshilfen dabei. Ja, ja. Und ich sag mal, wenn man es wirklich nicht finden sollte, naja, dann landet man halt auf einer Wiese oder auf einem Feld. Das ist also kein Problem. Nein, nein. Ich habe es jetzt auch gesagt, ich bin leider mal. Nein. Nein. Nein.